Röner Hirtzl aus Laax Ich bin im Moment auf dem 42 Pulverpiste unterwegs Ihr seht, wir haben optimale Bedingungen Das wird auch in den nächsten Tag noch so bleiben Wunderbares Wetter, am Morgen auf die Ski Und am Nachmittag, das wollen wir in einer Bar ein bisschen abrischen machen und relaxen Das sieht so aus, ich wünsche euch jetzt schon Ein Sorge, schönes Weekend an dir miteinander Das Panorama habt ihr gesehen, sonst könnt ihr es nochmal anschauen Und euch ein bisschen lustig machen